Besondere Erwähnung verdient unsere Gewehrkammer. 32 Stück, wie bereits im Video zur Auktion erwähnt, die größte geschlossene Gewehrkammer aus königlichem Besitz, die sich heute noch im Privatbesitz befindet. Und dabei sind einige ganz außergewöhnliche Stücke. Allen Gewehren gemeinsam ist die Wahl eines hochwertigen Wurzelholzes mit schöner Maserung für die Schäfte und eine ungewöhnlich qualitätsvolle Fertigung der Schlösser mit entsprechender Präzision, aber auch mit Eisenschnitt und entsprechenden Verschneidungen und Verzierungen. Aber wir haben hier sechs spezielle Anfertigungen, sogenannte Krüppelschäfte für Rechtsschützen, die sich das rechte Auge verletzt haben und nun weiterhin rechts anschlagen, aber links schießen. Ich zeige Ihnen kurz, wie das ausschaut. Nehmen wir ein besonders typisches Exemplar her, wo dieser Schaft zum Rechtsanschlag dient und ich kann mit dem linken Auge bequem schießen. Aber noch ungewöhnlicher als der Krüppelschaft ist ein äußerst frühes Steinschloss-Hinterladegewehr, das mir erlaubt hat, mit einem einzigen Fingerdruck mein System abzukippen, eine Kammer zu entnehmen, durch eine vorgeladene Kammer mit Schloss zu ersetzen und so auf eine äußerst rasche Schussfolge zu kommen, wie sie erst wieder mit den Zündnadelgewehren Mitte des 19. Jahrhunderts erreicht wurde. Bedauerlicherweise in der Fertigung sehr aufwendig, sehr teuer und daher auch dementsprechend selten. Ein wahrlich schönes Stück. Ein wahrlich schönes Stück. Ein wahrlich schönes Stück. Ein wahrlich schönes Stück. Untertitelung des ZDF, 2020